hallo und herzlich willkommen zu einer runde universe online ich weiß nicht welchen charakter ich spiele war das mein selbst erstellter oder hey warum geht da mal zwei runter was so hat nein danke nicht kaufen war das mein selbst erstellter oder das charakter info schurke schurke eis held von der woman nature wo habe ich beide selbst erstellt ich weiß es nicht mehr ich glaube das war mein selbst erstellter so dann spielen wir mit dem weiter ja ich habe bei polybridge weiter probiert die brücke mit den drei lkw zu schaffen aber nein ich habe es nicht geschafft das ist mir gedacht so mein anderes spiel raus also was heißt ein anderes spiel in altes spiel und ja ich habe mir gedacht spiele ich das hier mal ein bisschen weiter so jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles noch mal ging und das war laufen schlagen und daher kann ich mal ein bisschen mehr ausprobieren ich bin ich bin ich bin es ist ich bin ich bin ich bin Was ist der Knopf hier? Nee. Ich spiele erstmal mit der Struktur weiter. Und Maus. So. Ähm, wo war man stehen geblieben? Damals. Vor langer, langer Zeit. Letztes Jahr irgendwann. Ah ne, das war hier. Der Trend. Ich spiele doch lieber mit Joystick. Schläger. Starttaste drücken. Total vergessen wie das Spiel ging. Ich muss das nur so halten und das drehen. Ich habe es fast. Ja, ich habe die Forschungsdaten und Messergebnisse. Ich will sie gerade abliefern. Ja, dann. Ich habe total vergessen wie das Spiel ging. Ja. Ich habe die Forschungsdaten und Messergebnisse. Ja. Da ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie das Spiel ging und... Äh. Ja. Wir gehen da später mal hin. Irgendwie kommt man doch hier. Was ob sie weg? Nein. Tagesbuch. Da sind doch die Queste. Der sagt mir doch immer wo ich hin muss. Was mache ich hin da? Verlassen? Der Knopf ist nicht verlassen. Der war verlassen. Ach Mensch. Ja. Das war immer zum grünen Punkt hinfliegen, ne? Warum drücke ich immer auf diesen Knopf? Ah ne, grüner Punkt war ein anderer Spieler. Musste ich das für den Führer bilden? Aber ich hatte doch gerade die Quest aktiviert. Ach so, was runter. Ich muss so fliegen. Okay. Äh. So. Das war nicht die Steuerung die ich vorher hatte. Ne. Das ist eine andere Steuerung. Meine Einstellung ist weg. So. So. Oh. sei es verbohren. Ach ja. Nein. Das war nicht auswählen. Warum drücke ich mal das was da steht? Das ist auswählen. Trigon hält Raven im Hauptquartier der Wissenschaftspolizei mit seinem dunklen Willen fest. Wir müssen sie befreien. Doch verhindere erst mit deiner Kraft, dass die Dämonen sich mehren und Trigon außerhalb des Hauptquartiers ihre Macht leihen. So. Jetzt haben wir schon mal eine Quest. Die wir machen können. Ach je. Wie lange habe ich jetzt da rum gemerkt bis ich das wieder verstanden habe wie das geht. Und die Steuerung ist auf jeden Fall wieder anders. Nur weil da immer abgezogen wurde der Controller. Hochfliegen. So. Da sind wir. Dann machen wir mal schnell diese Quest hier fertig. Und schau mal. Da ist gerade ein Spiel dabei. Ah ne ist der Computer. Warum fliegt da? Gut. Das stimmt hier gar nicht. Na. Warten wir mal hier machen. So. Ich hoffe das war richtig. Was ist das hier? Nichts. Na gut. Da ist ein Vortex. Oh. Blutpriester Chronik. Dieser Stab war einst nur ein Artefakt. Jetzt wird er von Insekten umsterben. Die sich am fauligen Zeugnis von Schwein und Krankenladen. Lassen wir mal die da schlafen. Das scheiße als Opfer die hier verteidigen müssen. Ja. Verteidige Sanitäter. Sei ruhig. Da ist noch ein Vortex Gipfel. Vortex Gipfel. Ja. Was haben wir da noch schon? Warte mal. Ja. Warte mal da mit rum. Oh. Weg ist es. Wollte ich doch mit nach Hause nehmen. Hehehehehehe. Hehehehehehe. Hehehehehehehehe. Jo. Da ist er kaputt. Dann schnappen wir uns hier schnell noch den Nächsten. Haben wir ja auch schon fast die Quest fertig. Da ist doch so ein Gipfel. Gipfel Vortex. Warum sage ich immer Gipfel? Ach, das Revier genannt, ist speziell für den Umgang mit Schurken mit Superkräften ausgerüstet und verfügt über spezielle Arrestzellen zur kurzzeitigen Verwahrung, bis die Schurken zur endgültigen Inhaftierung nach Strikers Island überführt werden können. Hier dann. Oh, die eine Quest für mich. Kannst du mir helfen, meine Theorie zu testen? Ich habe hier eine Pheromon-Mischung, die ich an Trigon zu Kuben testen wollte. Man muss sie aber erst mal betäuben, damit sie wirken kann. Klar. Reicht ich jetzt angenommen oder nicht? Kannst du mir helfen, meine Theorie zu testen? Ich habe hier eine Pheromon-Mischung, die ich an Trigon zu Kuben testen wollte. Ach, jetzt so. Man muss sie aber erst mal betäuben, damit sie wirken kann. Die Beintassen sind anders. Oh, okay. Was zuerst? Knallen wir hier die hier weg. Ja, die werden gebraucht. Ah. Jetzt ich verstehen. So, dann machen wir jetzt drei Queste. Upsa. Bleibt da stehen. Tolle Arbeit. Perfekt. Jetzt kommt er ja. Bleib unten. Let's go. So, den haben wir jetzt erstmal ausnehmen. Und jetzt kommt er. Ach, wir haben den eingekriegt. Egal. Da kommen noch welche. Bitte schön. Spritze reinjagen. Hm. Spritze reinjagen. Noch zwei fehlen. Da ist einer. Und dann habe ich alles fertig. Gut, dass du bei uns bist. Ach, ich hole hier weiter, obwohl er schon lange kaputt ist. Sei ruhig. Da kann die mehr. Der ist kaputt. So. Gut, dass du bei uns bist. Startrücken. Trigon hält Raven im Hauptquartier der Wissenschaftspolizei mit seinem dunklen Willen fest. Wir müssen sie befreien. Doch verhindere erst mit deiner Kraft, dass die Dämonen sich mehren und Trigon außerhalb des Hauptquartiers ihre Macht leihen. Fünf Wirbel brauche ich noch. Wo ist denn denn ein Wirbel? Da ist einer. Aber voll schrober genommen. Nehmen wir ihn noch mal. So. Jetzt noch vier Wirbel. Dahinten ist glaube ich einer. Jetzt geht zumindest dann nach Haus. Wohl. So. Jetzt noch drei. Fallen wir mal hier runter. Oh, genau fein gelandet. Ist das nicht nice. Da ist noch einer. Ja. Und der letzte. Wo ist der letzte? Oh, was ist denn das hier? Mit roten Punkte da ist das vielleicht auch einer. Oh, was ist denn das hier? Okay. Oh. Was du kannst, kann ich schon lange. So. Werden so mal jetzt mal den letzten Vortex und dann haben wir diese drei Quäste schnell abgeschlossen. Schnell oder langsam. Na ja, ich weiß nicht. Dann gehen wir den Quäste ab. Ey, du sollst den Vortex angreifen. Komm, den haben wir jetzt schon angehört. Schmeiß den doch nicht weg. Knauf fliegen. Cool. So. Was fehlt denn hier noch? Irgendwas fehlt hier noch. Ich habe dieses Leben gegen die Bösartigkeit ihres Vaters gekämpft. Dass er sie jetzt in seiner Macht hat, muss ein Albtraum für sie sein. Ein entsetzlicher. Denn jetzt können die Titans nicht erreicht werden. Auch Nightwing nicht. Ach, Mensch. Warum ist eigentlich hier die Steuerung anders von meinem Controller? Das nervt mich jetzt irgendwie ein bisschen. Aber das ist ja nicht euer Problem. Raven hat ihr ganzes Leben gegen die Bösartigkeit ihres Vaters gekämpft. Dass er sie jetzt in seiner Macht hat, muss ein Albtraum für sie sein. Ein entsetzlicher. Denn jetzt können die Titans nicht erreicht werden. Auch Nightwing nicht. Ich glaube, das hast du gerade schon mal gesagt. Ja. Raven hat ihr ganzes Leben gegen die Bösartigkeit ihres Vaters gekämpft. Dass er sie jetzt in seiner Macht hat, muss ein Albtraum für sie sein. Ein entsetzlicher. Denn jetzt können die Titans nicht erreicht werden. Auch Nightwing nicht. Ist zwar eigentlich alles gemacht. Ach je. Ist zwar ein falscher Knopf. Raven hat ihr ganzes Leben gegen die Bösartigkeit ihres Vaters gekämpft. Die wiederholt sich. Dass er sie jetzt in seiner Macht hat, muss ein Albtraum für sie sein. Ein entsetzlicher. Denn jetzt können die Titans nicht erreicht werden. Auch Nightwing nicht. Ein Blame zum fünften Jahrestag. Was soll ich damit? Raven hat ihr ganzes Leben gegen die Bösartigkeit ihres Vaters gekämpft. Dass er sie jetzt in seiner Macht hat, muss ein Albtraum für sie sein. Ein entsetzlicher. War ja auch schwer genug. Denn jetzt können die Titans nicht erreicht werden. Auch Nightwing nicht. Verlassen wir. Und jetzt. Schnell fliegen. Och. Zatanna hat bestätigt, dass Trigon vollkommen von Raven Besitz ergriffen hat. Sie hat die Titans als Geiseln genommen. Du musst sie befreien. Und Raven vom Bösen ihres Vaters retten. Ja, Sir. Sirin. Sir? Sirin? Egal. Egal. Landen wir. Falsche Stelle. Landen wir hier. Drehen wir uns um. Umdrehen. Da rein. Oh. Kaputt gemacht. Die Wissenschaftspolizei hat einige Kriminelle von Gotham verhaftet, weil sie versucht hatten, einen Ring des organisierten Verbrechens in Metropolis aufzubauen. Sie sind entkommen, als die Dämonen geflohen sind. Kannst du mir dabei helfen, sie zu finden und wieder einzufangen? Wir haben auch ohne die Gotham Mafia schon genug Probleme. Leute von heute, ich sag mal, das war's für heute. Morgen gehen wir dann hier rein. Ich hoffe, wir sind schon, wie sie das mit den Kontrollen auch wieder richtig anzustellen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.